Hallo, ich darf begrüß' uns, wenn ich zusammen bin, Mann. So ist er. Oh, nein. Oh. Willst du den Tobi auch einladen? Ja, ich hatte den jetzt nicht eingeladen, weil ich wollte ihn eigentlich gleich auch schreiben. Der soll mal weniger Borderlands, der soll mal ein bisschen sich lieber einnehmen für heute Abend. Mal gucken, wann alles läuft. So, das Film läuft. Muss, sag mal was. Hallo, 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 hallo. 5 Sekunden geht's. Und? Ja, jetzt läuft. Das ist so komisch. Musstest du extra anschalten wieder? Nee, gar nicht. Die hat gar nichts umgestellt. Nichts. Was liegt denn da hinten, ein dicker Baumstamm? Was soll das denn? Wo? Jimbo, was hast du hier wieder gemacht? Hm? Ähm... Sorry, Chef. Ich, ähm... ... vergessen. Oh. Wer kommt denn da rein? Ja, Anna. Hab ich doch gesehen unten schon. Ah, Schatz. Ha, 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 ha. Ha, hab ich's gut hinbekommen. Vier, vier Sachen haben wir gebildet. Was? Hey, wir sind über der Karte, siehst du? Was? Was? Schau Richtung, da wo wir sparen. Ja, warte mal. Warte mal. Warte mal. Da oben. Ich seh nichts. Ich, ich und andere. Warte, schau. Schau, schau aufs Handy. Ich seh nichts. Ja, warte kurz, bevor ihr euch bewegt. Wo guck ich denn gerade hin? Schatz, wir können fliegen. Das ist ja cool. Da oben. Ich bin erst in mir gespawnt, Schatz. Wir fliegen weg. Oh, jetzt fliegen wir runter. Hier war ich nicht. Nein. Boom. Da oben. Da oben. Ach, du gehörst. Ein trauengebrannter Junge. Und da oben. Neue. Die, 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 die. Die, 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 die die vorbeige, die, die. So, ich habe ein bisschen ausgelöst, ne? So, ich muss es mal ein, wo ich jetzt klar schluss. So, ich denke, es ist nicht so. So, ich habe es nicht so. So, ich habe es nicht so. So, ich habe es nicht so. Der hat aber auch einen Wüschluss. So, ich habe es nicht so. So, ich habe es nicht so. So, ich sage, ich. Oh, ich glaube es ist un. Ich hoffe, ich hoffe, ich begrusen. Ich kann das ja trotzdem erwähnen, in dem Stream hier. Gestern der Stream ist irgendwie kacke gelaufen. Hier ist Muchstimme die ganze Zeit nicht vorhanden. Weil da so witzige Sachen dabei waren. So schade. Das war richtig. Das war richtig süßig. Oder du hast zu viele Sachen gesagt, dass das deine Stimme gesperrt hat. Ja, was ist denn das? Ich war doch ganz klar. Ich habe immer meine Arbeit gemacht. Das wird wahrscheinlich der Problem sein, ja. Oh, ich meine Arbeit gemacht. Okay, dann... Dann werden... Äh... Bumpti-bumpti schmal rutschen. Ja... Endlich wieder richtig. Wie gerade hier... Ich kann ja in die Backkarte eine schöne Kamera einbauen und so. Was? Mit Pacecam dann? Oder... Ja... Das ist ja noch schlimmer. Wenn wir immer einen Gamer Raum... Dann kann ich ja bezeichnen, dass es ja ein Gamer Raum gibt. Dann kann ich das ja dann lassen, ne? So... Neuner. Neuner Fahrzeug. Neuner. 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 Warum? Warum? Auch gut. Du wolltest das Schreddern anfangen, vielleicht kriegst du das Schredderwerkzeug nach oben. Ich wollte eigentlich einen Pass draufbacken. Was wolltest du? Einen Pass draufbacken auf mein Auto. Quasi ein Dank für meine Gerätschaft. Stehst du? Nein, das geht überhaupt nicht. Ich schmeiß da nicht meine Palette raus. Genau, Paletten-Setzlinge stelle ich den Preis. Machen wir auf die Straße. Machen. Guck. Die anderen auf den Atmen müssen. Ach so, ja. Richtig, Atmen, Atmen. Atmen, Atmen, Atmen. Warte. 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 Oh na. Da kann jetzt glaube ich, ja. Warte. 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 So, ich muss aber jetzt in meinen Autofahren, weil in Wirklichkeit muss ich nicht wie ich aus dem Autofahren bin. Ich lad mir gerade die Palette auf, wir laden nicht von mir. So, na, 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 so, so, ja, genau. Kann ich noch Stablaufen? Was? Wunderschöne Däupen Wo gab das noch? Das war's für heute. Lampen! Äh, malen! Lassen wir mal noch die Schöpfung! Ah! Hm? Wenn der Auto einfach anders hinbergt, dann komm ich! Okay! Wie sieht das denn? Ich weiß nicht, ob das auf 10% oder so wird ist. Ich weiß nicht, ob das noch 10% oder so wird. Ich hab den Auto! Ich hab den Auto! Ich hab den Auto! Bling bling, wohin da bei uns an Alten stand oder wo? Was? Wo wir gestern dabei waren oder auf dem Dreierpunkt schon? Auf dem Dreierpunkt habe ich nur einen Elgerweg schon da hochgefahren. Kannst du auch da oben machen, ne? Ja, dann mal runden und mal ein bisschen häkeln. Da kann ein Tracker, da musst du ihn schleppen jetzt da hoch. Ich weiß nicht, dass hier ein Fehler war oder? Fehler? Ich glaube, willst du davon aufladen? Bin laden oder was? Naja, wenn das ja eine Baumleerenwege ist. Muss ich mir den irgendwie rausziehen? Nein. Ah, warte. Ich bin nach vorne mit dem Dreier. Das ist die Welt selber raus. Aber ich glaube, es geht. Es bleibt. Jetzt wird es nach links. Super. Das ist schwer von der Kandidur. Ja. Ne? Ja. 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 Ich muss mich schmeißen. Ja, dann fahr ich wieder weiter, ne? Was? Wie, wo? Wo warst du schon? Ah, okay. Ja. Aber da brauchst du ja auch die Container, ne? Boah, ist leck. Ja, dann hole ich dann. Ja, ich bin schon unterwegs. Ja, ich bin schon unterwegs. Ja, ich wollte dich jetzt nicht aufhalten und dann aufladen. Nö. Aber ich will mit der Pixel ja einmal anfangen. Ich muss mal gucken, wo man mehr verdient, ne? Also sowieso ein paar Baumstänger sind ja gestern nicht viel. Jetzt schießt 36.000 da. Ja, weniger Arbeit ist halt das mit häckseln, als wie das mit aufladen. Und wieder normalerweise entladen. Ja. Ja. Aber ja. Weiß sowieso nicht, ne? Nee. Was? Hä? Was? Hä? Ist ne mega Schrecke da zu bereichen, ne? Brutal, ja. Dann brauchen wir ja trotzdem noch. Der Daktor muss voll schleppen. Dann müssen wir ja trotzdem noch einen zweiten Skorpion holen, oder nicht? Der die Bäume sägt. Nein. Mal suchen. Wie es am besten geht. Ich glaube den gelben, den Schlepper werde ich dann holen dafür. Mhm. Und dann werde ich mit der Hand umschneiden und den Schlepper die Bäume ranziehen. Und dann mit den hinten rein fächtern. Oh, da geht's ja wieder bergab. Uh. Achso, okay. Was ist mein? Mehr. Ich hab das verstanden. Der erste macht mich ja nicht weg. Muss ich nicht unbedingt? Oh. Wenn's gut geht. Oh, jetzt fehlt der Speed. Nä. Nä, nää. Ich komm mit dem Lkw, vorsicht. Ja. Letzten probieren. Was? Könnt ich mich jetzt einfach so haben? Wie macht man denn jetzt? Wie ist denn hier die Lage? Geht's da wieder schön doll runter? Das kann ich dir gerade nicht so sagen. Ja. Da ging eine Flügelstunde von einem Haus. Ja. Ich hab auch so, naja, naja, naja. Dann hat's den Weg bauen müssen. Ja. Hö? So. Wollt ich den irgendwo hinstellen, den Container? Stell mal, warte mal. Dann bau dich jetzt mal auf. So. Ich muss dich hier ganz so sagen, wenn du nicht ranstellen, dann kann's schon von zwei Meter oder so wegbleiben. Ja. Das kommt doch an, wo du die Bäume reinhauen musst. Und rechts jetzt oder von links? Ja, linke Seite. Rechts, ja. Aber auch einen süßen kleinen Arm, ne? So. So. Was ist da jetzt der Rohraufgang? Na, der ist nicht klein. Warte mal. Ich muss noch mal schützen, was? Ich muss noch mal schützen, was? Ich muss noch mal schützen, damit ich irgendeinem schalten. Ich muss noch schützen, was ich nicht. So. Jetzt bin ich in den Rohr. Äh. Ah. Alles cool. Da hängt ein Bier hoch. Schön. Ganz auch schön in der Pazine drin bleiben. Und dann, boah, schön steuern. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Hä? Wie haben wir denn jetzt durch? Äh, nicht gut. Ich würde jetzt beim Abkoppeln. Was? Ah. Okay. Genau. So. Wo sind wir jetzt da? Na, na, na. Na, na, na. Ich fülle mal den Zweiten zu sehen, ne? Okay. So. Die Massen hier. Die Massen hier. Wir wollen, nicht hier. Das ist ja so schlimm. Ja, mit 83 ist er so ein Waldweg, auch gleich. Hackst du bei dir das denn? Nö. So? Bei dir? Ja. Nichts denn, ja. Echt? Ja, das ist, weil du einen Baum reinholst. Ne, bei mir ist gar nichts. Richtig ist halt nur, den Baum muss man richtig wieder schön gerade reinbringen können. Kann man denn jetzt nicht so fangen? Der große Kipp. Der Haufen. Okay, das war jetzt ein Baum, oder was? Okay. Schön. 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 Hey, Millie, was machst du da? Daumen, Junge, du sollst umfallen. Daum, 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 daum... Wir müssen hier ein Rad holen, dann können wir die Richtung fahren, dann ist das gut. Sind wir da auf dem Weg? Ja. Ja. Ist auch der größte Container, oder? Ja, mit 79.000. Ja, ich wollte mal diese Zange vorne ausprobieren. Also so gut ist sie nicht, muss ich sagen. Ja, der ist jetzt für mich vielleicht gar nicht so schlecht. Und weil wir keinen Tracker hatten bis jetzt, wo wir vorne aufs Aufnehmen können, habe ich den halt durch. Ja. Ja, passe. Ja, passe. Ja, passe. Ja. Ja. Ja, der ist ja auch schon. Aber jetzt werde ich gleich wieder weg. Ich auch. Boah, die Sound ist leidig. Ja. Ja, 73. Tosi. 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 Servus, Urlauber. Nö, erst nur so ein paar Minuten, weil wir jetzt eigentlich nur was gucken wollten. Tatsächlich, ich hätte, wolltest du das auch gerade anschreiben und sagen. Tosi. Ach so, das weiß ja nicht. Ja, wir haben jetzt gerade vor 10, 15 Minuten angefangen halt. Tosi. 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 Da ist wieder die Steuerung komplett anders, oder was? Ne, du musst ja so denken, wie du eigentlich auch so diese Schippe ja nehmen würdest mit Trecker und sowas. Die Trecker sind ja ganz anders. Der kann ja nur heben und sowas. Heben, anwinkeln, fertig. So, fertig. Probierst du jetzt, oder? Da bin ich jetzt in den Arm drin? Ne. Du musst rein in die Kabine und du musst auf Kran umstellen. Mit Zeit. Ja, du setzt dich ganz normal in den Taxa rein. Mit R3 kannst du rumschalten, dass er reinkommt in die Kabine. Ich fand es auch die Kameraperspektive wechseln. Ja, 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 ja. Ach so, ja, aber er sitzt da ja gar nicht drinnen. Das ist ja auch blöd. Ja. Ich dachte, das ist da wenigstens ohne wie beim Eiger geht. Oh, es wechselt. Na, du knopfst mal drauf. Da haben wir aber jetzt wie so ein Sitz drin. Ne, wenn ich... Jetzt. Ja. Das Bedenkgerät, äh... Es sind drei verschiedene Bärspektiven. Schaut wieder die Kralle schon vorne so geschmiert aus, ne? Was hast du denn hier gemacht? Ne? Wie soll ich den denn gerade reinkriegen? So, oder? Ich versuch das Kran, so dass es anfängt zu checken. Ja. Wenn du da die Dreh... äh, welchen? Da hat er. Schau mal runter. Oder lassen wir einfach raus. Schau mal runter. Hä? Hä? Ich hab gar nicht gedreht. Ja. Mach selbst. Hä? Hä? Läuft er da weg? So. So. Ich lege mal auf da, ne? So, ja. Fahrst du auf? Ne? Du wirst mich nicht mehr telefonieren willst, ne? Doch. Hä? Jetzt hat er schon aufgelegt. Hä? Äh, du spielst, Alter. Achja. Entschuldigung. Achja, Entschuldigung. Warte. Warte. Ja. Ah, okay. Das war. Los, irgendwo. Mach jetzt. Ja, ja, ja. Komm doch. Oh. Wir haben weiblich einen Zuschauer. Und ich will Lava so. Welche Map ist das? Ähm, ähm. Warte. Ich speichere. Nee. Gerade, wo ich fallen lassen will. Ja, nimm es dir. Was ist jetzt los? Nimm es. Muck. Wie heißt die nochmal die Karte? Wo sehe ich denn nochmal wie die Karte heißt? Äh. Muck. Wie heißt die nochmal die Karte? Du fragst mir Sachen. Äh. 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 Hä? Kann man das nicht irgendwo sehen? Verdammte. Verdammte Kacke nochmal. Auf jeden Fall was mit Roach? Ja. Who Roach? Oder irgendwie so, oder? Nee. War das nicht was mit River? Land? Roach River. Roach River. Ah. Die ist auch nicht groß. Die hat irgendwie äh 19 MB oder sowas. Also da gibt es auch nur Bäume. Ein paar Minuten runden. Ja. 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 Wo ist es? Ja. Ein Eckler. Ein Eckler. Ich muss ja wieder in den Raum ein bisschen anschauen. Ja. Das sieht ja gut aus. Fack, fack, fack. Äh. Was? Ja. Aus meiner Kabine. Bei mir sitzt du noch vorne im Träger. Ja. Dann suchst du so schön. Ja. Deswegen gleich. Beim Ecklebiet ist es cool. Ja. Du rätst du dich nicht mal. Warte mal. Du rätst du dich nicht mal. Was? Ja. Du rätst du dich nicht mal. Das ist gar nicht so einfach, oder? Der Baum macht ja nichts mehr. Ich weiß nicht, da kann ich nicht sein. So. Ah, das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist krass. Ich muss die andere rechnen. Das ist ein bisschen verbraucht. Wir gehen dann ein bisschen raus, ok? Das ist doch krass. Ja, so stimmt er nicht. Das ist doch zu kalt von mir. Der Riecht der da? Oh. Oh. Sehr viel. Ich weiß nicht, was ich mache. Ah, ok. Ich muss ihn weg. Ich weiß nicht, der Arm ist nicht so oft normal. Aber sowas, so ein bisschen größer, weißt du? Die man dann aber komplett ein bisschen bewegen kann. Das wird ja geiler. Boah. Das ist so krass. Oder gleich wirklich so ein Segelfahrzeug nehmen. Ohne, dass man den auf Meter schneidet. Und dann einfach aber nur die erste eigentlich hervorschmeißen. Okay. Ja, es wird jetzt direkt nur auf den Baum her. Wo nur Bäume sind. Wie geht es nochayıst. Er kommt einfach zurück. Sie haben auch Angst. Aber nur auf dem Baum helfen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die Frage beantworten kann. Was? Was war das? Er hat mich nicht mehr geprüft. Jetzt kann ich keine Antwort nehmen. Na gut, rüber. Ja, gesagt. Ja, die Bombe ist öblich. Ja, die Bombe ist öblich. Die Bombe ist öblich. Jetzt ist es so gut. Oh, nein. Ich glaube, das ist ein sehr guter Mensch. Ich glaube, das ist ein sehr guter Mensch. Ich glaube, das ist ein sehr guter Mensch. Halt schon raus und so, raus und so. Ah, nicht rein. Ok, warte. Halt zurück noch. Warte zurück. Reicht so laut? Nein, warte. Kannst du mal ausatmen. Warte, Mann, komm. Komm runter. Der ist losgelassen, ja. Oh, nicht los. Wollte ich ein bisschen aufheben. Ja, der ist zu schwer, glaube ich. Im Allgemeinen. Ja, der geht schon. Ich glaube, meine Zollgelatte klebt. Du hast ja viel zu viel davon gefällt, glaube ich. Hä? Ja. Ich glaube, ja, sechs Stück. Zu viel? Weiß ich nicht. Die liegen ja alle so jetzt durcheinander aufeinander. Wo ist denn der Gelbe hier? Boah, alles schön auf einer Seite gewesen. Das ist schön. Weiß ich nicht? Ah, im Leben. Unglaublich. Weißt du was ich jetzt machen? Mann, 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 Mann. Wow. Was? Jetzt versuche ich zu dir zu komme über die Berge. Huh? Hä? Wie sieht denn den Daumen, du kleiner Wie sieht denn das aus? Oh, hä? Uh! Oh, jetzt ist es wieder ein Verflug. Hä? Das ist automatisch in einem Überschmeld. Oh, jetzt verliere ich ihn wieder. Nein, da muss ich nicht. Ich würde da etwa mit in die Erde wegziehen. Ständig klar. Was läuft da denn? Ich sehe nichts mehr. Durch dieses Gitter zu gucken ist schon schwer. Du wirst denn deine Flasche? Ah, Emily. Komm. Komm. Oh, Schatzi. Auf da. Auf da. Hä? Wie viel Springerfluss. Das ist anzinnig auch wieder. Auf da. Auf da. Wie viel Springerfluss? Ja? Das ist ein Spielwerkstiger. Ja. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja, da ist ein Problem. Wie ist das ein Problem? cool! Nein, nein, nein. Danke schön! Ja, das kann ich wieder verstehen, aber es ist hier. Die Steffi hat das in der Nähe zu tun. Ja. Oh Gott, hier geht es bergab. So, dann kommen wir wieder. 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 So, dann kommen wir wieder ab. So, dann machen wir wieder. Moch, siehst du mich? Ja, so. Was ist er denn? Aus dem Walde komme ich her. Alter, hast du jetzt noch so viele Farben? Nee, die Farben müssen wir reparieren lassen. Das ist ein Waldmensch. Ich muss den einen das mal wegnehmen. Oh Mann ey. Kino. Was? Achso. Brutal. Brutale unnormale Corona. Sollte was abnehmen? Oh nee. Nee. Das ist ja trotzdem... Das ist ja trotzdem wieder weiter als wir. Ja, wie es geht weiter da raus. Ich hab da andere Ideen. Ja. Ich hab da andere Ideen. Ja. Ja. Ich hab da andere Ideen. Ja. 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 Ich bin es. Aber ich bin es. Schön, kann einer springen. Warte doch, muss ich noch wahrscheinlich. Wir wollen den größten Nachschieben auch noch. Uh! Wer macht das? Warte kurz mal. Oh, das schafft das halt. Ja, mit Bär. Will er nicht? Ja. Soll ich das Bier holen fahren? Was? So, jetzt läuft recht. Soll ich noch wegfahren? Uh! Soll ich noch wegfahren? Oh! Soll ich dich aufhören? Das ist so schnell. Äh, ja! Der ist so schnell. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Hey, warte mal. Warte, warte! Wollte einer hier mit Holz mitmachen? Ja, es kommt da raus und geht los. Ja, genau. Lass los, lass los, lass los. Oder schießt du rein? Ja, ich bin so viel. Ja, schießt er nicht rein. Ja, ich bin da. Deine Stamm noch unter dir bin? Was? Unter mir nicht. Neben mir liegt so ein kleiner Stamm. Ja, ich bin da. Warte, warte, warte. Was? Hörst du dich? Hör auf! Ich schiebte den ganzen Anhänger bei dir. Junge, Junge. Stimmbuch. Oh, was? Ja, ohne sinnliche Stamm. Nee, jetzt schiebt das Holz unter meinen. Wie schließt du denn jetzt mit deinem Ding hier? Na ja, jetzt nicht geschieht so verrückt wie das Wort. Ja, da geht's mit Bubi eigentlich in Hamburg. Ja, gut so. Ja, ein bisschen weg. Was ist denn der Aster? Er ist ganz stehen. Er ist wieder gewachsen. Stehen. Was ist denn? Er ist relativ. Ja, jetzt ich bin weitergekommen. Das ist relativ fertig. Und der Leer. Das ist schön. Mal runterdumpen. Das ist so ganz wie ein Packbier trinkt. Ich glaube, das ist schön. Ich meine, das ist ein CV oder das ist alles gut. Lass dich, steuer gerade rechts oder links einmal. Kannst du das jetzt alleine wieder machen oder was? Nein, 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 nein. Ja, jetzt musst du starten. Ach so. Andere Fahrschule gerade. Ja, das ist klar. Wieder? Keine Ahnung. Ne. Guck mal herein. Bleib da herein drauf. Ja, schon. Witz dir, wo hab ich mein Kaffee schon wieder? Ja. Ja, wir haben 35.000 von der Hecke. Mhm. Moment. Guck mal ein bisschen schaufter. Guck mal rein. Guck mal rein. Guck mal rein. Guck mal rein. So, das kann man wieder. Die Sonne ist nicht gut. Mit L1 und so 315. So, und so kann ich die Karte nicht mehr kommen. Das ist Nummer 5. So. L1 und L3. Sieht so? Dann sind sie drauf im Weg. Nummer 4.000 Brille, 3.000. Dann sind wir voll. Sind wir voll? Ja, bisschen noch. Achso, warte. Wie viel haben wir? 45.000 oder 49.000? Das weiß ich nicht, ich kann das ja nicht sehen. Ah, 49.000, äh, ja. 95% voll. Ja, Pille reißt ihn rein hier. Was? Hm, ja, siehst du da. Was denn? Was ist denn? Ja, Pille. Was ist denn? Was ist denn? Ja, wir sind nicht in der Zeit. Ich glaube, das ist ein Blut, der ist ein Blut. Ich bin ein Blut. Ich bin ein Blut. Ich bin ein Blut. Das sieht doch nicht aus, aber das ist halt schon dran. Das sieht doch nicht aus. Und das ist halt schon dran. Das ist ja rein. Ja, ja. Hä? Ist der so's hier? Das ist aber was ich nicht hin aber da gesagt. Das ist super. Vielleicht kann der nicht spritzen, dann nicht verschleien. Kann der nicht spritzen? Was ist er denn für einer? Zu kurz, dass du ordentlich. Da rechts ist das. Dann legt sie rechts auch wieder. Da ist die Straße weiter. Dann kommt sie rechts wieder in die Artenzeugung. Da rein. Da rechts. Ja, da rechts. Ja, ja, aber ich hatte jetzt überlegt, wenn ich doch vielleicht... Ja, okay, das geht mit dem LKW, geht das eigentlich nicht gut, aber du kannst halt nicht viel rangieren, du kannst rückwärts-vorwärts fahren, wenn du die rechts-links liegen hast, dann ist sogar schlecht, nur da halt doch mit dem Segelfahrzeug, mit dem Skorpion, und dann wollen wir bis hier vorne ranziehen und dann hinschmeißen. Aber ich hatte eine Idee, ich hatte es dir aufgebildet. Ja, mach doch. Der LKW ist echt gut, hier will ich fahren, der kann, der hat richtig Power. Oh, ich bin wieder hier oben. Oh, ich bin wieder da oben. Oh, man. Oh, ich bin wieder da oben. So, was jetzt hier? Ja, hier bin ich auf dem Weg. Ja, hier bin ich auf dem Weg. Ich hab nicht gehört. Ich hab nicht gehört. Wir haben den Weg. Wir müssen hier dann abladen, dass wir da ein neues besanken können. Ich hab nicht gehört. 97% haben wir erst. Ich hab auch reingepasst. Ja, aber das wird verloren. Wenn du mehr weiterhäckst, dann ist das verloren gegangen. Normalerweise. Ja. Das aufladen, den Gurt runter machen und dann fährt er etwas lange drück und vor. Es runterfällt. Aussteigen, rangehen und L3 oder L3 nicht mehr. Ähm. Mucht? Ja. Ja. Hast du irgendwas, womit du helfen kannst? Ich bin auf dem Weg. Ich kann nicht schneller fahren. Ich bin umgeputzelt. Ja, wie gut, dass es im Stream auch wieder zu sehen ist. Ich war ein bisschen schneller. Ich kann nicht mehr rum. Ähm. Wo liegt du denn? Ja, geradeaus. Vor dir. Ja, wie? Ja, schräg. Ich kann gleich wieder rein. Was? Ähm. Hallo. Wie bin ich hier? Warte mal. Hilf mich da jetzt am Teil. Wir gehen hier eben noch von unserer ersten Stelle hin. Nimm noch den LKB kurz mit dem Kran. Warte. Der ist, steht auf dieser Stelle um die Ecke. Manche sind aus dem Kran. Ja, ich putze sie sich jetzt um. Warte. Das Ding hab ich auch schon mal benutzt. So. So, jetzt ziehen wir hoch. Du gibst mal Gas, ne? Da läuft schon mal da. Ja, passt gut. Warte. aber das jetzt geht es jetzt muss man noch hoch haben Du bist ja mit dem anderen Teil drin. Genau. Ja, jetzt kipp dich wieder um. Hallo, hallo, hallo. Na warte mal, was, was, was? Nee, ich bin David. Ich bin David. Junge. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott. Du musst aufpassen, wenn du hier berg runter kommst. Ich gebremseide, also ich hab immer noch fünf zusammen drauf. Du hast Latte Reifmann, Junge. Junge, Junge. Du hast Latte Reifmann, da gibt's keine anderen. Ja, leider. Ach, scheiße, jetzt steht hier noch so ein Schild. Du hast einen Schild entgegen. Den zweiten Schild hättest du ja auch mal wegnehmen können. Du hast einen zweiten Schild. Ach so, deiner. Ja. Mit die kurze, oder? Ja. Nimm den Laderschatz. Den gelben. Ich bin mal gespannt, was das bringt jetzt hier. Erte sind aus, oder? Ja. Ja. Leer gerade aus. Herein zum Tür. 5000, was? Super, Ernte. also, die Bäume bringen mehr. Ja, 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Ja, der leck. Hm. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Vielleicht mit einem größeren Anhänger? Was? Wie geht denn? Der hat es nicht so? Ja? Ich bin auch nicht wegen dem Meer. Ja, mehr deswegen, weil wir mehr drin haben, ne? Ich habe jetzt gedacht, äh, ja gut. Ein LKW-Anhänger. Kannst du, wenn du auf dem Weg bist, mal bei der anderen vorbeischauen? Achso, ja. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Wenn der Schiff wieder nicht umfällt, dann komm ich hin. Ja, das ist schon cool mit dem Häckseln, aber das ist so wenig drin. Ja, müssten wir ein bisschen bunkern und warten. Ich will doch mal hoch, äh, äh, eine Anfrage kommen oder so. Nur 5.000. Was soll ich denn bei Anna machen? Ja, sie hat es schon geschafft, glaube ich. Ich hätte dann eine Palette runterschmeißen müssen. Wie hat sie denn die Palette runterschmeißen? Äh, mit einem Radlader? Ja, ja. Ich bin einfach dann gefahren und fertig. Wo sind wir so krasse Bier? Ja? Okay. Ich glaube zum Rektor, der was hinten mit dem roten Aufbau hat. Da nehmen wir den Friesenschutz und kommt da auch hoch. ... aus dem Kopf einfällt. Ta da, ja? Mhm. Ich gehe jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, weil es hier ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab was vorher hinten aufgetammt in den Spitzen. Ja wer ist hoch? So ich hab jetzt mal hier alles zusammen. Mach hier mal einen Haufen und dann werden wir eventuell mal häkeln. Beziehungsweise halt Bäume aufladen oder so. Wir werden wieder zusammenpacken hier. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bibi, 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 Bibi Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020